Jaja Nadrani, ein neuer Forscher-Spieler in OB. Ich hoffe, es wird bald. Der 25-jährige Franskmann mit Marokkanske Røder fik sin Fodboldopdragelse i Saint-Étienne og har senest optaget i den belgiske Liga for AFC Serain. Nachdem ich letzten Kontrakten in Belgien wollte, und ich wollte, dass ich mich umge, um neue Dinge zu finden. Leben bringt mich her, und ich bin so glade. Jaja Nadrani spilte 34 Liga-Kampe i sidste Saison, hvor 31 kampe var med fuld spilletid. Man kann sich erwartet, dass ein Defender solid ist, der liebte Defender, weil ich nicht vergessen, dass das Hauptfragen der Defender ist, und ich bin so glade, und ich bin so glade, und ich bin so glade, und ich bin so glade. Forscher-Spieler hat eine 2-jährige Aftale mit OB und kann für erste Mal spielen auf Lördage, auf Udebane, gegen AGF. Ich hoffe, erstens, zu spielen, die meisten Spiele, die ich kann, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, und es ist eine neue Erfahrung für mich, das erste Mal, in die Championnale, also, ich bin so glade, zu erinnern, was ich hierzu bin. Aber ich bin wirklich so zuerst, auf die Beziehung, auf der Beziehung und die Beziehung, zu sein, zu haben und zu den Kampen. Ich versuche, zu erinnern, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, was ich weiß. Mit zu sein, ein bisschen eine posted. Ich versuche zu sein, Untertitelung des ZDF, 2020